Oh süß Mal streicheln So, dann bringen wir das Ding da erstmal Ein guck mal, der kann auch UU machen L-Stall Dann sagen wir, du bleibst Hat der drei Kopse rat gefressen Bist du ein Fressack? So, dann war doch hier irgendwo mal Stall L-Stall, da Hat schon 18,8 Loyalität Ist wohl satt Geschwindigkeit 10 von 12 Erholungsgeschwindigkeit 15 von 30 Ich glaube, da müssen wir mal trainieren, oder? Okay, was kostet denn das? Hä? Geschwindigkeitstraining 10 Stunden Ach, mach das schon Ab in die Arena auf Leben und Tod Was? Nix da Apropos, da fällt mir gerade ein Hoho, wir haben noch eins Dann brauchen wir Komm schon Ja ne, den wollte ich nicht Den da will ich haben So, nachdem die Box dann eh weg ist, brauche ich den Rest nicht mitnehmen Warte, aber wie ist denn das da? Feines Fell und 44 Milch, nice So Gehen dort nicht Gehen dort 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 Servus! Go! Come John! Ah, wieder nur gut! Ach, scheiße! Fang erfolgreich! Jawoll! Wenn ich jetzt ganz viel mit rumlaufe... Ok, wir machen das jetzt mal anders. So, komm mal! Le... Y... Hmmmm... Da, 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 doch nicht da, 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 da! Ich finde die Namen cool! Sooo... Durchhaltevermögen! Was los? Pörfler? Was legst du? Das sind ganz passable und umgängliche Namen! Natürlich! Sooo... Und dann pack ich mal das da weg! Jeder braucht nur... Die sind fertig! Die sind fertig! So... Da, hier... Da... 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 Ähm... Das haben wir eingesammelt! So... Ja, wir bräuchten halt mal die blöden Bäume da hinten! Die blöden Mistviecher hier da! Die blöden Mistviecher hier da! Aber die sagen halt so... Ne... Du gehst mir im Arsch vorbei! Finde ich von denen nicht cool! So... Die da hinten machen wahrscheinlich nicht weiter, solange die anderen Aufträge nicht fertig sind! So... Wir können aber... Haben wir eigentlich noch einen Auftrag? Nö... Genau! Haben wir ja keine angenommen! Da! Also! Hallo Emily! So... Dele! Den! Go! 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 So... Hängt er heute gescheite dran! Bei Wandlicht 823 Ein Töv-Töv-Transporter Vega 5 Beim Mixer Bei 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 14 24 schon wieder da drüben da war so wir brauchen vier bronzeplatten zwei rohr wir brauchen die platten zwei rohr so dann brauchen wir irgendwas mit stoff fünf hat holzdielen und drei wasserstoff fünf hat holzdielen und drei wasserstoff dann haben wir alles können wir bauen alle roms alle roms und roms und sag mal gaul wenn der schon gerade da bist dann kommen wir mal her du klappt das muss da hoch oder ich glaube das muss nicht auf gegenstände an toren ok wieso wird denn da nichts angezeigt finde ich nicht gut achte im transporter scheiße darum wird nix angezeigt ihr sagt aber auch nix ne transporter keine haltestelle ja da können wir die ja irgendwo aufbauen wo könnte man denn da nicht warum habe ich eigentlich keine bei mir vor der haustür also hier oben habe ich ja ist aber nicht genau vor der haustür das war natürlich gerade bumms banana ne aber mal so richtig ja äh da ist sie dann gehen wir da rüber unterhalten kochen ja er sagt halt nur ja 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 Röstliche geröstete Rippchen Ach räumt der dann mein Ding weg, oder? Na, ich bin da mal vorsichtig, ich glaube der verbratet sonst mein Holz, äh mein Salz Müssen wir mal gut gehen Habe ich gerade natürlich voll scheiße gebaut, hä? Wir sollen ja den da bauen! Na so macht man ja so! So, was brauche ich mal! Drei Gummireifen, ein kleiner Motor Drei Gummireifen Oh, Gaul bleib du da mal stehen einfach! Einen kleinen Motor So, haben wir! Äh, ein Rücksitz Ein Einzelsitz, fünf Kupferbarren, fünf Klaus Fünf Kupferbarren Fünf Kupferbarren Und ein Einzelsitz So, da, da, da Da, da, da Hoppala Nein! Sehen da! So, mir fehlt jetzt noch! Noch ein Einzelsitz Und sechs Faserstoff Und sechs Faserstoff Uuuuund Hmmmm, sechs Faserstoff Oh! Der baut noch, dann machst du da auch mal 15 so und was haben wir geil du darfst wieder kommen Aber jetzt haben wir das richtig Das mischt da rein Ah, nun können wir Das ging schnell, welcher effizienter Handwerker Ich weiß Ach, bin ich halt gut Punkt 80 und die Fritzen, geht's noch Aber von denen da kann ich jetzt was zum Kind mehr nehmen Zwei Wandlicht Heute schon eingenommen So So, ist ja das Ding da weg, genau Da haben wir ja jetzt zwei Nein, ich will da hin Danke Das werde ich mit dem Training Du bleibst da stehen Bei den anderen So, hier haben wir alles, oder? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen, könnte man da noch rein schütten Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, würde ich sagen Weil Und wie bin ich? Hexdraht Na, Hexdraht Was hast du da angestellt? Hast du dein Raubdingswunsch da fertig? Boah, das sieht sich ja alles gut aus So, jetzt haben wir hier natürlich Bronze verballert Dann hauen wir hier nochmal überall schön Bronze rein So, der kann nochmal nochmal ein bisschen richtig Bomben hier Der hat nur vier Tage, drei Tage Das passt alles Warum macht denn der eigentlich nix? Was ist denn das für eine faule Socke, Alter? Bis zum Kapitel zwei Endlich Und es ist so schön Na, dann geht's Wir haben nur 60 Karbonen Na gut, aber wenn man so zwischendurch was braucht Na, das wäre schon geil, wenn man einer frei wäre So, Bronze machen wir dann drüben gerade So Da haben wir mal fünf Stück Der kann dann rödeln Und wenn es ist, ist er fertig Fintagiert Okay, wie sieht es mit denen Hapa-Hapa-Technisch aus? Die sind ganz schön verfressen So, die nehmen wir da jetzt mal weg Und machen das so Hier müssen wir halt jetzt echt aufpassen Wir können mit Komminen Wir können mit Honig hier Ok, wo hatte ich hier jetzt den Honig drin? Ich habe keine Ahnung Ich sollte die Dinger da vielleicht irgendwann mal beschriften Na, das lief gerade erst Hextrad Musch ich noch ein bisschen warten So Die knudeln wir jetzt nochmal alle durch Na Hextrad, wie sieht es aus für dir? Hast du ja auch Bock auf ein bisschen Mario Kart Mal wieder Finde ich cool Ich frage Hextradviech und Firefly antwortet So, alle habe ich jetzt nicht erwischt Jo Dann würde ich aber sagen Haben wir heute doch ein bisschen was geschafft, oder? So, klitzeklein ist ein bisschen Aber da ich gerade noch so viele Folgen über habe Für YouTube Die sagen, legen wir uns ins Bett Legen und schlafen Speichern somit Den Tag 20, Monat 4, Jahr 1 Werden wir dann das nächste Mal machen Und ja Ich werde an dieser Stelle sagen Vielen Dank an die Seite von YouTube Diese Aufnahmesession für heute Beziehungsweise der MyTimeAtPartyApart Im Stream endet heute Wir werden gleich wechseln Auf Mario Kart Und falls da eventuell mal jemand Bock hat mitzufahren Dürft ihr gerne vorbeischauen Link zu meinem Twitch Kanal Ist unten in der Videobeschreibung Oder einfach mal Discord vorbeischauen Wer da Bock hat Oder Twitter Und ja Es würde mich freuen Wenn wir uns irgendwann demnächst Vielleicht mal hier im Stream sieht Ansonsten Guten Morgen Mittag Abend Oder Nacht Je nachdem Man ja gerade schaut Hoffe euch hat es gefallen Bis zur nächsten Folge Oder in einem anderen Spiel Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus